Entweder sind das nur Blenden oder ich brauche dafür kein Armor-Piercing. 372 Er holt gerade sein Fernglas raus, kriegt es aber nicht mehr aus der Tasche. Dich sehe ich. Wieso? Wie? Oh Mann! Wo ist dieser eine Sniper, den ich nicht finden kann? Wie kommt das? Ist das ein... Ist das eins von den Turrets oder was? Die Sniper werden nicht erwartet. 374 Also manchmal ist das mit dem... 374 Wo ist der Mann? Da! Ups! Okay, ich habe die Entfernung komplett... Ich muss ihn erst noch... Erst noch scannen. Sonst... Wirft mich die Distanz raus. Ich bin gespannt, wenn meine Target sind. Don't keep me waiting. 315 Erklärt, warum ich die nicht getroffen habe. Ich hatte gar keine 315 auf der Skala gehabt. Damage! Ah, ich muss genauer zielen. Verflucht! Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. DORZEV has arrived. So. 315 315 Okay. Dann den Schuss habe ich immer... Perfekt geschafft. Muss nicht perfekt sein, wenn er tot ist. Oh, shit, man. Natürlich genau in dem Moment. Es ist eine Ehre, dass du mit meinem Humboldt Haus kommst. Die Ehre ist meine Ehre. Ein Gespräch mit einem großen Yrkutsch-Leader ist eine Runde. Sag mir, mein Freund, was ist auf deinem Kopf? Krasnoyarsk, Bratsk, Yrkutsk. Du hast sehr influence in diesen Stadt. Das ist wahr. Du hast sie mir gegeben. Okay, okay, lass uns sprechen in private, nicht hier. Fertig mir. Das ist ein Zeug. Du wirst die Aktivitäten in diesen Städten und machen sie mir. Das Problem sind die Windänderungen. Shit. Dammit. Nicht ganz, aber okay. As always, I'll wait for an update from the exfiltration location. Ich habe immer noch Armour-Piercing drin. Okay, das erklärt's. Und ich habe ihn in den Hals getroffen. Ich habe ihn in den Hals getroffen. Okay. Durch Holz noch geschossen. Okay. Okay. Durch Holz noch geschossen. Dafür bräuchte ich Armour-Piercing. Okay. Okay. Der läuft da und neben dem fliegt dann gerade einer in den Kopf weg. Da würde ich mich definitiv irgendwo hin verziehen, wo man mich nie sehen würde. Ah, guck mal eine an. Nicht schön. Dafür aber akkurat. Ich drehte gerade den Kopf weg. Das ist so ein bisschen komisch. Oh, der ist gerade aufgestanden, aber hinüber ist hinüber. Okay. Gut. Das ist natürlich, wenn ich nicht schießen kann... Ah, er kommt hier raus, okay. Okay. Gut. Gut. Jetzt scheinen wir es langsam zu haben. Kein Sniper, der mir irgendwie auf den Sack gehen will. Zumindest momentan nicht. Ja, ja. Hm. er bewegt sich das ist schon mal gut 320 das ist sein todesurteil okay theoretisch ist nur noch einer da praktisch wenn er noch gute frage wie für noch da sein 5 und angeblich noch ein sniper waffenwechsel hilft mal zu checken dass ich auch alles ausgeschaltet habe wieso sehe ich da zwei fährt der eingreifstrupp hin bleibt ihr da stehen jetzt hätte meine fahrzeugmeni gebrauchen können okay ich habe eingesehen riechen so tatsache so 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 am Diese Minenfelder. Warum hatte ich meine Sniper draußen? Gott, nee. Das ist doch nicht hier. Und ich hatte extra noch gescannt. Oh. Oh. Abdiess. Frag, Epi, Havi-Snapper-Ref-Bullets Okay Next I come Habe ich ihn gerade in den Hintern geschlossen? Ich dachte, ich hätte auf seinen Kopf gezielt, aber ich glaube, er war nun da tatsächlich dann doch nur der Rucksack Mein Field Combat Boots, Two Soldiers, Regular Distance Placing Mines Regular Distance Mein Bounty ist 700 Meter weg Mit ein bisschen Glück Könnte ich den von hier aus erschießen Wenn er stehen Weiß nicht, wenn er irgendwo liegen wird, schlafend Kamera Ich will mich verarschen, wo kam der denn jetzt noch her? Wow Ich wusste, es sind noch mehr da Damn Gott Patrall, huh? Patrall, huh? Gut Die schon mal weniger Und was lehrt mich das? Vorsichtiger sein Vorsichtiger sein Erklär doch, wo der Kerl herkam Erklär doch, wo der Kerl herkam Na ja, ich meinte jetzt Der andere ist mit dem Auto wohl Von oben ran gefahren Und nicht von unten Ergibt natürlich mehr Sinn Wenn hier die Anfahrt ist Die auch zu nutzen Na gut Warst du ein Sniper? Oder einfach nur irgendeiner Weil du hättest Ziemlich sicher die Position Von einem Sniper hier oben War noch eine Patrouille Jetzt sind die eingebunkert Komm, ich wusste, der Kerl, der da oben auf dem Dach stand Der, der mich erwischt hat Der, der mich erwischt hat Damn, what? Also Du bist 170 Der andere versteckt sich gleich in der Hecke Okay Den komm ich nicht ran Hundert Zwölf Damit mein Zoom war falsch Falsch reagiert Klar An den anderen Stellen falle ich Meter weit Und dann stört es den, wenn er mal Einen Meter runterhüpfen muss Suchscheinwerfer Aha Soviel dazu Ich gehe davon aus, dass bis auf einen Alle tot sind Ich könnte ihn tatsächlich sogar noch im Bett erschießen Diese nervigen Drohnen Was? oops hmm Irgendwie will ich behaupten, ob so weit alles ist. Das Ding dreht sich weit. Komm mal ja. Das Problem kennt der ja unglaublich. Äh, wo ist das Sammelobjekt? Das Sammelobjekt ist in der Garage. Wohl eher im Schlafzimmer unten drunter. Nein, da ist ein Sicherheitskasten. Haben wir überhaupt noch eine, die funktioniert? Wäre auf jeden Fall mal interessant. Oh, ja. Okay, gut. Cool. Ähm. Schlafzimmer. Da. Notizen. Ansonsten. Moment ja. Hm. Secondary Mission. Area. Okay, ich dachte, du wärst nicht. Hm. Okay. What the hell? Okay. Secondary Mission. Right. Warte, was? Hier? Was passiert, wenn ich von hier aus in den... Pool... Pool tut trotzdem noch weh. Oh, ich kann durchschießen. Das ist interessant. Äh, hier hätte ich mich verstecken können. Aber ich hab hier von hier aus doch gar keine Sicht auf... Was ist hier mal eine Sekundärmission? Two-Way-Mirror. Da, der doch erzählt... Sauna... Two-Way-Mirror. Oder? Da, der doch nicht. Two-Way-Mirror. Come on, Two-Way-Mirror. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich hab die Rekordungen. Exzellente Arbeit. Wie immer. Ich warte für ein Update von der Exfiltration-Location. Komm ich, dass ich einfach so durch die Zwei-Weg-Spiegel gehen konnte? Ah. Ach, ne Sauna wär schon nett. Nicht da. Ist nicht mal cool, wie sicher die Scheiße. Oh, oh. Oh. Also ich weiß nicht, wenn ich so ein Crime-Lord wär, dann würde ich mindestens mal diese Scheibe hier kugelsicher machen. Aber eh. Wer will nicht dem was zu sagen, ja? Okay. David ist auch der weg. Oh, wer kommt da? Scheit, wirklich? Oben auf dem Berg. Da müsste ich jetzt irgendwo hin. Und ich war da oben. Das ist das Blöde. Naja. Oder war... Oh. Ammonition. Fün... Guck mal her. Okay, ich kann nicht mehr die... Käse. Da oben muss irgendwo was sein. Auf dem... Ding da. Oder... irgendwo hier versteckt. Ah, hier hinten dran. Okay, in der Höhle. Ah, hier hinten dran. Okay, in der Höhle. Und dann noch hier hinten im Tal irgendwo. ziemlich straight von der Wand aus. Also da auf dem Hügel. Ist da einer, der mit Fernglas da steht? Da oben los. Da oben los. Bei der Wände.